Was tun, wenn man einen Babyfeldhasen findet? Ihr entdeckt einen kleinen, scheinbar hilflosen Babyfeldhasen? Hier sind einige Tipps, wie ihr richtig handelt. Bleibt erstmal ruhig und haltet Abstand. Die meisten unverletzten Jungtiere sind nicht verlassen. Wichtig, fasst das Jungtier nicht an. Wenn es unverletzt ist, lasst es einfach sitzen. Feldhasenmütter besuchen ihren Nachwuchs nur ein bis zwei Mal am Tag. In der Zwischenzeit sitzt der kleine Hase in der sogenannten Sasse. Meist einer flachen Erdmulde und wartet auf seine Mama. Ist der Hase verletzt? Ruft bitte einen Tierarzt oder den Wildtierschutz an und fragt, wie er weiter vorgehen soll.